Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Cry of Fear. Ich habe keinen Plan, was ich tun muss. Ich habe hier eine Keycard von dieser toten Frau, die da hinten auf der Straße liegt. Ja, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Was aber auch seine Gründe hat. Und, ähm, laden nach! Äh, ich hatte längere Zeit keine Lust mehr zu spielen, weil der letzte Part von Amnesia, äh, was labere ich von Amnesia? Der letzte Part von, von Cry of Fear, äh, musste ich wieder runternehmen, weil der urheberrechtliche, Probleme hatte. Äh, das Lied. Was ihr da gehört habt. Wo, äh, Sophie da runtergesprungen ist und, äh, Simon dann ziemlich traurig war. Das war urheberrechtlich geschützt. Und, äh, deshalb habe ich das Video wieder runtergenommen. Oh. Oh nein, Inventory full. Oh nein! Und dann hatte ich auch längere Zeit keine Lust mehr, ähm, aufzunehmen. Oh Gott, seht euch das an! Eine... Lol. Okay, das war, das war gruselig. Äh. Oh Gott, was ist das hier? Slenderman, Slenderman, ja. Äh, und ich hatte dann halt längere Zeit keine Lust mehr. Weil mich sowas halt nervt, wenn ich ein Video wieder runternehmen muss, wegen Urheberrecht und so weiter. Warum kriegen wir jetzt so viel Munition? The door. Use. Use this card. The door is now unlocked. Oh nein! Die Pappe der Vernichtung aus der Hölle des bösen Höllenfeuers. Bioshockig. Und so Luft holen. Höh. Höh. Hm. Okay, ähm, das sieht interessant aus. Hm, the door won't open. Da wird bestimmt nix herausspringen und mich umbringen wollen. Höh. Oh Gott. Stairs. Okay. Jetzt, äh, willkommen zu SCP-Treppensimulation. Oh nee. Oh nee, ey. Hallo? Günther? Hallo? Holla! The door is jammed. From Jamaica. Oh Gott. Ja, ist klar. Ich laufe hier mal wieder durch irgendwelche Gebäude. Ähm, weil das ist natürlich so logisch. Hallo? Oh. Oh nein, ich will das nicht spielen. Ähm, 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 hallo? Ähm, ähm, ja, ich bin der neue, ähm, Simon, Simon D'Souz. Nein, Spaß. Ähm. Boah, ich bin grad so angespannt, weil... Ich muss mich erstmal wieder an diese... An dieses Horrorspiel-Style-Liking gewöhnen. Und noch eine Spritze. Nice. So, dann speichere ich zweimal wieder jetzt. Einfach zur Sicherheit, falls ein anderer Spielstand mal abkacken sollte. Äh, nein! Ah, fuck you, Alter! Asshole. Ja. By the way, ich nehme das hier mit meinem G35 auf. Also meinem Logitech G35 Headset und so. Weil es einfach ein bisschen bequemer ist. Mann, äh. Immer diese Penners, die hier rumlaufen, äh. Habe ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? 1000 Keertab. Abonnier 1000 Keertab auf YouTube. Eigenwerbung for the win, Alter. No, Simon, ähm, ich würd sagen, du machst die Spritze mal auf, äh, die 1. Dann spritzt du dir mal hier was Schönes hier. Oh, yes! Oh, yes! Oh, geil! Alter. Gebrauchte Spritzen for the win. Äh, ich speichere nochmal ab. Ihr wisst ja, speichern ist sehr wichtig. Gerade in der heutigen Zeit, meine kleinen Kinder. Gerade in der Zeit, wo Deutschland in einer schwierigen Phase ist, ist speichern wichtig. Oh, scheiße! Yay, bliert! Ah, bliert. Das war ein bisschen laut, ey. Laut, game. Ah, diese Ghetto-Kinder immer, ey. Äh, wo bin ich? Achso. Haben wir noch Munition für die Shroud? Äh, ja. Oh, yes! Hallo, Kinder! Komm zu Papa. Junge, in deine Fresse, Alter. Das hast du nicht kommen sehen, oder? Boah, voll die Fresse weggeschossen, Alter. Boah, ho, ho, ho. Bam! In your face, man! Alter, so mach ich meine Suppe am liebsten, ey. Junge, da kann sich Face noch was abschneiden, Alter. Da können sich die ganzen Quickscoper-Shooter noch ihre Tricks abschauen. Also, meine Skills, Alter, das war schon Quickshotting-like, Alter. Hast du gesehen, wie ich nachgeladen hab? So, bam, in your faces, man. Okay. Das ist ein Speicherpunkt wert. Ach, ja, das Video beginnt so geil. Das ist ein Speicherpunkt wert. Aber es ist ja auch logisch, weil ich hab ja doch kaum abgespeichert. Ja, ich bin echt gut drauf, irgendwie. Seitdem ich das Slender-Video gemacht habe. Dann lege ich dich jetzt mal auf die 2. Oh, ja, du stehst drauf, wenn ich dich auf die 2 lege, oder? Du geile Stück. Du geile Pistole. Okay. Hier ist eine Kreuzung aus Pikachu und Kaninchen. Kanina. Nosey. Ach so. Anspielung auf Sony, oder was? Wenn man das S an den Anfang packen würde und das N an die Stelle vorm S. Jack. Nur ohne K. This is the police. Move. Saxon Avenue. Da gehe ich jetzt rein und lasse mir erst mal ordentlich ein. Äh. Ja. Was eigentlich? Hallo? Mach auf. Gib mir was zu essen. Okay, hier hilft nur. Hier hilft nur eines. Polizeigewalt. Okay, Polizeigewalt hilft leider nicht. In der heutigen Zeit. Ist es sehr traurig, dass Polizeigewalt nicht mehr hilft. In was für einer Welt leben wir eigentlich? I need to place a fuse here in order to unlock the door. Äh. What? Meint er eine Sicherung, oder wat? Nein. Guck mal. Also eigentlich ist Simon doch dünn genug, sich hier durchzuzwängen, oder? Äh. Weird. Jo, dann besorgen wir jetzt einfach mal eine Sicherung. Bäh. Bäh. Äh. 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 Tight. Äh. Was? Will du hat den an Huns her? Ring 05, 05, 05, 05, 05. Leck Paris. Ja, Leck Paris. Sag mal. Ähm. Du weißt schon, was ich sagen wollte. Syllips. Syllips. Syllips Gangbanger, Alter. Panels. Ach ne. Pes. Pes. Pes Nonic. Pes Nonic. Das klingt irgendwie wie so, wie so eine Nonnen-Gemeinde. Hahaha. So, von dort komme ich. Das heißt, ich muss da lang. Oh, nein. Warte mal. Jetzt mach ich den alle. Den, wie ich sag, den mach ich alle. Shit. Motherfucking evil shit. Oh, piece of mother. Fucking hacker shit. Sie hörten ein paar Zitate aus Call of Duden. Ja, Call of...